Ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht aus. Du wolltest es doch selbst tun. Jetzt lasse ich dich nicht mehr gehen, bis ich zufrieden bin. Komm, komm. Noch zur nächsten Runde. Der ist viel zu lang. Nein. Halt ihn nicht aus. Ich kann nicht mehr. Wenn es so weitergeht, der ist doch wahnsinnig. Nein! Ich... ich bin zu spät. Warum nur? Wie konntest du mir das antun? Nein. Puh, hat das gut getan. Hey, Ei! Alles in Ordnung? Wie geht's dir? Ah, Fräulein Kaku, ja. Der Schülersprecher ist die größte Niete überhaupt. Die größte Niete? Und trotzdem ist er unfassbar lang gewesen. Lang? Sein Song? Sein Song! Sein Song? Sein Song?